So, und weiter geht's mit der richtigen Rom. Es war wohl wirklich ein Fehler der Rom. Ich dachte schon, dass es liegt an irgendwas anderem. Aber Ruckern tut das trotzdem ganz schön. Nein! So, jetzt sind sie platt. Weiter geht's durch die Tropfsteinhöhle des Grauens. Oh, was willst du? Du kannst mir nix. Du auch nicht. Und die Tropfen machen auch nix? Mein Gott, das ist ja echt schon zu langweilig. Oh, 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 und ich sag's und dann bin ich platt. Nein, 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 das darf nicht passieren. Und nochmal, und... Oh. Nein, das wollte ich doch gar nicht, verdammte Kacke. Naja, dafür ist es... So, ich weiß genau, dass da jetzt was ist. Oh, da geht's noch ganz normal... Ne, da geht's nicht ganz normal weiter. So, wehe, hier ist jetzt nochmal irgendein anderes Item. Ein Rutan. Jawohl. So, und zurück. Da, 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 da. Und er ist wieder da, ich hab dich doch platt gemacht. Wie unrealistisch ist das denn? Das gibt es doch gar nicht. Ey. Und dann ist hier noch nicht mal was. Und er ist wieder da. Ne. Der Duck laufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Levels das hat. Das Spiel wollen wir uns mal überraschen lassen. Oh, ihr seid auch loschen. Ihr könnt nix. Und schon schreit er auf. Ich denke, der Anfang ist immer zum dran gewöhnen. Und dann wird's ein bisschen kritischer. Aber bisher geht das ganz gut. Da war was. Äh, ja. Auch noch. So. So, du fährst auch runter. Diesmal ohne Schaden. Zu verursachen. Kaputt. Zerstören können wir die nicht. Den können wir aber zerstören. So. Mal bemerkt, dass der ein Kreuz da dran hat. An der Peitsche. Mhm. Das ist ja auch die heilige Peitsche. Man kann nicht einfach irgendeine Peitsche nehmen. Nein, die muss heilig sein. Kann man dich zerstören. Ne, kann man nicht. Und du fällst in dich zusammen. Ja. Ich wollte gerade zurückgehen und sagen, oh nö, doch nicht. Eieiei. So, dich kann man immer noch nicht zerstören. Hm, naja. So, und hepp. Und hepp. Und nicht treffen lassen. Und zerstören. Die gehen alle schon immer schön in Flammen auf. Die sind ja auch unheilig. Die müssen sterben. Was? Wir müssen sterben? Aber wir sind doch geboren, um zu leben. Für die Wunder unserer Zeit. Nein, euch meine ich doch gar nicht. Ihr seid halt unheilig. Aber nicht unheilig, die Band, sondern... Ach, ihr wisst schon. Okay, dann ist alles gut. So. Nächstes Medusa zerstören. Herzen aufsammeln. Und da rein geht's. So, was geht? Da komm ich doch nicht hoch. Ach du Scheiße. Doch. Wahnsinn. Was hier für Sprünge manchmal sind. Können wir auf uns noch herzen? Ja. Nein. Jo. Und weiter geht's. Bei dramatischer Musik und Kerzenschein. Gut. Dich wollte ich eh nicht haben. Jetzt wird's hebelig. Meine Güte. Ich hab schon ganz schwitzige Hände bei sowas. Und ich drück wieder meinen Controller zu fest zusammen. Der geht gleich kaputt. Da komm ich doch nicht hier rüber. Mein Gott. Was für Sprünge. Da wird man doch wahnsinnig. Und da kommt ne Vledermaus. Die will mich da runterstoßen. Das gibt's doch nicht. Meine Höhenangst kommt selbst im Spiel durch. Meine Güte. Und jetzt ganz schnell. Und. Und. Ne, das ist mir jetzt zu riskant. Meine Fresse. Oh. Weiter geht's. Lass mir in Ruhe, du Auge. Kann selber gut sehen. Ach, er. Wir werden keine Freunde mehr, ne? Skelettschlange. So. Was kommt jetzt? Noch ne Skelettschlange. Wir werden immer noch keine Freunde. Und Hapa Hapa. Das ist gut. Hauptsache, er trifft mich noch mal. Nein. Oh, hier kriegt man noch Herzklawasser ohne Ende. Kriegt man hier. Ich will ja nicht alles wieder von vorne machen. Die Musik ist lustig. Also das habe ich nicht mehr so in Erinnerung, weil so weit kam ich als Kind nie. Geht's hier weiter? Ne. Aber halt. Da ist doch garantiert was. Ne. Delelele. Ja, gerade warte ich die ganze Zeit, dass du kommst. Jetzt warte ich mal nicht. Unterweg bist du da, du Sack. Stirb. Nein. Toll. Und wie soll ich jetzt da hochkommen? Ne, so geht das nicht. Aber kann ich doch schwimmen? Ja. Verdammt. Ich habe ne Idee. Jetzt ist er wieder da. Jawohl. Sehr gut. Weiter so. Hier oben war doch auch was. Ich habe mich doch gerade platt gemacht. Ne. So. Weiter geht's nach oben. Immer weiter hoch. Wir wollen heute hoch hinaus. Oh, das ist aber gut platziert hier. Der hat ja gar keine Chance gegen uns. Ja, ich habe ja genug Herzen. Und wusch. Und jetzt treff doch mal. Ich dachte, du wärst platt. Ja, geht doch. Oh, der gibt uns aber. Der gibt uns reichlich. Gibt er uns. Das ist ja ein Traum. Du, 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 du. Zu entspannen der Musik. Passiert ja auch überhaupt nichts. Sind nur ein paar Monster hier unterwegs. Oh. Gestorben. Scheiße. Ich hoffe, ich muss nicht zu weit laufen. Ach, es geht noch. Diesmal nicht. Bursche. Jo, das wollen wir doch. So, genau. Und, 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 und. Genau, level up. Geld sammeln. Aber diesmal habe ich nicht so etwas Tolles. Hm. Nee. Aber ich habe eine andere Idee. Und, und, und. Jawohl, so geht es doch auch. Er stirbt. Kriegen wir zwar keine Herzen, aber... macht er nichts. Das war doch unfair. Verdammt. Jetzt geht es aber los. Verdammt. 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 Ich glaube, ich gehe direkt wieder nach unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird nichts mehr. Die, 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 die. Herz gesammelt und nach oben. Dich mach mal platt. Sammeln noch das Geld ein, was jetzt schon weg ist. Verdammt. So, rüber und rüber und kerze und rüber und kerze und platt machen. Drei, vier, wie viel brauchst du denn? Fünf, sechs, sechs, sechs Stück. Sechs Hits brauchst du. Nein, doch das ist eine gemeine Stelle. Oh, eine sehr, 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 sehr gemeine Stelle. Wenn ich den Abschnitt schaffe, safe, säte ich. Könnt ihr mich verkloppen, wie ihr wollt? Oh mein Gott. Nee. Nee, nicht nochmal. Jetzt darf ich hier Wasserspiele von... Oh nee, ausgerechnet der und ich hab keine Waffen. Verdammt, das ist einer der schwersten. Oh, wir können hier wenigstens stehen. Verdammt, verdammt, stirb, 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 stirb. Dumm muss man sein. Dumm muss man sein. Und den nehm einfach keinen Schaden. Nee. Nee. Das mache ich jetzt nicht ohne Safe State. Das tue ich euch nicht an. Also das mache ich jetzt nur euch zuliebe. Irgendwann schaffen würde ich es, aber... Irgendwann ist ja auch langweilig für euch. Mann. 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 Sau! Lustig ist es für euch trotzdem! Hört mir doch auf! So! Jetzt aber! Komm her! Einmal! Zweimal! Dreimal! Ich hoffe jetzt ist der platt! Oh Gott sei Dank! Ich danke dir! Du du du! Ich bin toll mit 1000 Safestates! Oh Mann ne! Verdammt! Das musste jetzt sein! Das ging nicht ohne Safestates! Das musste für euch sein! Damit ihr nicht so lange warten müsst! Ja! Das klingt doch gut!